Ja, herzlich willkommen bei Harkus Autopflege. Ich bin Florian und heute zeige ich euch, wie ihr mit dem Kochchemie Multi-Interior-Cleaner Flecken aus Stoffsitzen bekommt. Viel Spaß mit diesem Video. Ich denke, dass der Kochchemie Multi-Interior-Cleaner Flecken aus Stoffsitzen eigentlich entfernen kann oder auch Dachhelme generell in allen Stoffen im Innenraum, ist kein Geheimnis. Das wissen die Leute oder das wisst ihr wahrscheinlich selber auch schon verdammt lange, aber mich erreichen in letzter Zeit auch überwiegend immer viele Fragen und sagen, hier, ich habe ein paar Flecken im Setzen, wie bekomme ich die weg? Da sage ich eigentlich, Lösung Nummer 1 ist erstmal Kochchemie Multi-Interior-Cleaner oder es gibt natürlich auch viele andere Innenraumreiniger, aber mit dem habe ich bisher die besten Ergebnisse erzielt oder es war bisher am leichtesten. Und als zweite Alternative, falls das nicht funktionieren sollte, benötigt man einen Nasssauger. Den könnt ihr euch in vielen Baumärkten leihen oder ihr könnt direkt zum Off-Berater gehen und die haben die meistens auch. Dann wird der Stoff eben einmal komplett nass gesaugt. Bei meinem Bus ist es aber so, oder bei meinem Transporter ist es aber so, der hat jetzt diese Kunststoff, Kunststoff, Sitzstoff, wie man das auch immer nennen will, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall so ein Plastikkunststoff, ist kein direkter Weicherstoff, ist aber relativ robust und eigentlich ganz gut. Wird aber immer wieder fleckig, nicht weil ich hier Kaffee trinke und damit rumknalle hier alles mögliche, ist nicht der Fall, sondern meistens ist es so, und das ist wahrscheinlich auch bei vielen anderen Leuten so, dass es an der Seite reinregnet oder wenn die Tür offen ist und wenn es hier einmal reinregnet, bilden sich an der Seite so Wasserflecken. Ich zeige euch die gleich noch bei meinem Fahrersitz, weil die Seite habe ich nämlich schon gemacht. Und ich habe das auch schon ganz oft jetzt erlebt bei schwarzen BMW-Stoffsitzen oder auch Golf-Stoffsitze, auch von diesem VW ab, gibt es auch diese ganzen Stoffsitze, auch in Grau, da sehen die auch immer scheußlich aus, wirklich. Und das liegt auch meistens an nasser oder klammer Kleidung, wenn ihr zum Beispiel im Freibad wart und dann wieder ins Auto geht. Und ja, eigentlich genug gelabert, wir wissen alle, wo das herkommt, das ist ganz normal. Und wichtig hierbei aber, dass es gibt zum Beispiel Reifen, Polster, Schaum und sonstige Sachen von vielen verschiedenen Herstellern. Das Zeug nehme ich einfach so und das könnt ihr eigentlich komplett in eine Tonne hauen, ja. Da finde ich überhaupt nicht sinnvoll dran, weil das Zeug macht es eigentlich nur noch schlimmer. Hinterher habt ihr eine richtige Wasserflecken- oder Wasserrandbildung, das ist total bekloppt, wirklich. Also der einzige Reiniger oder der mit der einzige Reiniger, der wir gehen, ist der Kochchemie Multi-Interior-Cleaner. Ja, alles klar, dann zeige ich euch jetzt nochmal zu Demonstrationszwecken, damit ihr schon mal gesehen habt, das ist jetzt noch der Fahrersitz. Bei dem habe ich selber noch nichts gemacht, also den habe ich selber noch nicht gereinigt. Und viele würden das jetzt wahrscheinlich mit dem Eizweckreiniger probieren. Geht auch, aber das kann manchmal sein, dass da so ein ekliger, ja wie soll man sagen, so ein ekliger, leichter Schmielfilm hinterher übrig bleibt. Und das ist natürlich Mist, das wollen wir nicht. Und ihr seht, Fleckenbildung, ja, besonders hier durch das Fenster dann verursacht, wenn es da ein bisschen reinregnet. Und hier natürlich auch, wenn die Kleidung ein bisschen klamm ist oder sowas und dann zieht da das ganze Wasser rein. Ja, das sieht auf jeden Fall nach einer Zeit sehr unschön aus. Hier ist es auch noch ein bisschen schmutzig, ihr könnt das vielleicht, ja auf der Kamera sieht man das vielleicht nicht so direkt, aber genauso bis zu der Grenze habe ich sauber gemacht. Doch, man kann, ja doch, man sieht es eigentlich hier so ein bisschen, auch ein bisschen dunkler, ne, ein bisschen schmutziger. Und hier habe ich das eigentlich nur komplett gereinigt. Ja, und das geht auch mega leicht und das zeige ich euch jetzt. Als erstes können wir, würde ich sagen, machen wir mal so ein 50-50-Vergleich. Und zwar von hier, also mache ich erstmal so ein Tuch hier hin. Ihr braucht einfach nur den ganzen Multi-Intérieur-Cleaner nehmen, ihr habt hier oben noch so einen kleinen Verschlusskopf. Da könnt ihr dann auch Spray stellen oder auf Off, dadurch läuft euch die ganze Flasche nicht aus. Und dann sprühen wir das einfach wirklich nass. Wie seht ihr das hier nochmal? Am besten wirklich sehr nass. Dann warten wir ab. So, ich würde sagen, ich warte eigentlich immer so ein, zwei Minuten ab. Dann nehmen wir von Wizard of Gloss das All-Purpose Hero. Also ist ein Mikrofasertuch mit ca. 300 GSM. Ihr könnt auch niedriger GSM-wertige Tücher nehmen, geht schon, aber ich finde die eigentlich dann immer mit am besten. Also umso mehr GSM, so besser ist das, umso mehr können die auch aufsaugen. Muss man immer selber schauen. Ihr merkt dann auch selber schon, ist schön nass. Und dann könnt ihr eigentlich nur ganz normal rüber gehen. Ihr seht dann auch, dass so ein bisschen so eine Schäumung entsteht, das nicht so wild. Und wir werden wahrscheinlich keinen direkten Schmutz sehen oder erkennen können. Und wenn das nass ist, sieht das sowieso immer total geil aus. Und wenn es bei manchen dann eben getrocknet ist, denkt man sich, na okay. Okay, also es kann auch sein, dass ihr besonders bei schwarzen oder bei dunklen Stoffen das Ganze öfter wiederholen müsstet oder könntet. Je nachdem, wie stark da eure Verschmutzung ist. Ich denke mal, wir sehen jetzt auch schon einen leichten Unterschied, weil natürlich hier, gut, das ist natürlich nass, müssen wir dazu sagen, ist es aber schon sauber. Und ich kann euch sagen, wenn es jetzt gleich getrocknet ist, so 10 Minuten, dann wird das noch besser aussehen. So sieht es aus, wenn es dann eben getrocknet ist. Man sieht also auf jeden Fall einen deutlichen Unterschied. Ich habe jetzt die Blende nochmal ein bisschen runtergezogen. Das heißt, ihr seht es jetzt so gesehen noch ein bisschen dunkler. Hier ist es jetzt schön sauber und genau da ist der Rand, da wo wir eben das mit dem Tuch abgedeckt haben. Ich zeige das jetzt nochmal kurz in der Nahansicht. Könnt ihr hier nochmal sehen. Und ich habe eigentlich nichts weiter gemacht, außer mit dem Reiniger alles komplett einmal genässt, damit der Stoff ein bisschen durchtränkt wird und dann eben mit einem Mikrofasertuch abgerieben. Dabei bitte darauf achten, dass ihr irgendwie kein altes Mikrofasertuch habt oder ein schmutziges. Das wäre auf jeden Fall kontraproduktiv. Wie gesagt, bei schwarzen Anwendungen oder bei dunklen Stoffen kann es sein, dass ihr die Anwendung ein bisschen wiederholen müsst. Kommt immer ein bisschen auf den Stoff an. Das ist jetzt ja, wie ich schon gesagt habe, so ein Kunststoffverkleidung, Kunststoff, was weiß ich, wie man das nennt, so ein Synthetikstoff. Und bei dem ist es eben so, der lässt sich relativ leicht reinigen, jetzt besonders auch durch das Weiße. Aber müsst ihr mal gucken, wie das dann eben bei euch so ist. Könnt mit dem Kochchemie Multitirclean natürlich noch viele andere Anwendungen durchführen. Das heißt, wie es auch hier selber schon auf dem Bild zu sehen ist, ihr könnt es für alle Oberflächen im Innenraum benutzen. Wirklich für Stoff, für Kunststoffe, für den Dachhimmel, für Scheiben nicht direkt. Da würde ich auch wirklich einen normalen Glasreiniger nehmen. Es ist eigentlich so, dass mit dem Multitircleaner habt ihr eigentlich mehrere schnelle Lösungen. Das heißt, ihr könnt einmal den ganzen Schmutz relativ gut entfernen. Es riecht noch ziemlich gut. Ich kann nicht genau beschreiben nach Wasser, aber so nach frischer Wäsche. Ich denke mal, die meisten kennen den Duft auch schon, weil hiervon wirklich sehr viele Leute auch schon das gekauft haben. Und ich denke, das ist ein sehr bekanntes Produkt. Ich wollte das Video aber auf jeden Fall nochmal drehen, weil ich schon das öfter gemerkt habe, dass die Leute das eben für die Dashboard, also für die Cockpitpflege und sowas benutzen. Aber eben nicht für den Stoff. Und für den Stoff kamen immer diese Fragen auf. Aber ich denke mal, jetzt wisst ihr das. Ihr könnt damit auch normal Flecken entfernen, beziehungsweise Stoff reinigen. Und ihr könnt das eben auch für den gesamten Innenraum verwenden. Wie gesagt, auf den ganzen Türpappen und sowas und so weiter. Besonders bei Neufahrzeugen empfehle ich das fast immer, weil ihr habt dadurch keinen speckigen Glanz. Wenn ihr natürlich irgendwie das Ganze ein bisschen glänzend haben wollt oder wenn ihr zum Beispiel leichte Kratzer irgendwie beheben wollt, dann könnt ihr das G&Preserve nehmen oder viele andere Sachen. Auch das Refresh Cockpit Care ist ganz gut. Und ich habe auch schon mal ein Video gedreht, wo der Unterschied zwischen beiden Produkten ist, Refresh Cockpit Care und Multi Interior Cleaner, kann ich euch nochmal mit verlinken. Ja und das war eigentlich nur ein kurzes Video, damit ich euch zeigen kann, dass ihr das auch für die Polsterreinigung eben verwenden könnt. Für den Dachhilmel funktioniert auch 1A, besonders diese Werkstattabdrücke hier, wenn manche Mechaniker hier oben so anfassen und die ganzen Sachen da oben schmutzig machen, kriegt ihr damit eigentlich fast auch immer raus. Je nachdem natürlich, wie stark es ist. Ja, perfekt. Habt ihr sonst noch irgendwelche Fragen zum Multi Interior Cleaner, zur Kochchemisiere oder anderen Produkten, bin ich natürlich gerne für euch da. Schreibt mir gerne auf info.ataco.es-shop.de oder ruft mich immer in unserem Büro an. Ja und wenn ihr sonst irgendwas habt, schreibt einfach, ja. Ansonsten subscriben, liken, teilen. Ich glaube gerne. Vielen Dank.